An drei Abenden konnten die Gäste im großen Zelt des Inselzirkus auf dem Kapellenplatz in Wenningstedt eine zauberhafte Varieté-Show genießen. Das Gala-Dinner gehört seit mehreren Jahren zum festen Programm der Cliffmeile. Essen und Trinken und dabei in bester Varieté-Manier eine Show verfolgen. Schöner kann man ein Jahr nicht ausklingen lassen. Herr und Frau Direktor führten ihr Publikum durch kurzweilige Abende. Ein buntes und abwechslungsreiches Varieté-Programm wurde geboten. In den Pausen verwöhnte die Service-Crew die Gäste mit einem festlichen Menü. Die internationalen Varieté-Künstler zeigten ganz nah am Publikum ihre Künste. Die internationalen Varieté-Künstler zeigten ganz nah am Publikum ihre Künste. Vielen Dank! Vielen Dank.